Und heute geht es bei uns um den Fall Jens Söring, der zurzeit wohl meist diskutierte True-Crime-Fall der Welt, denn er ist nicht nur schon seit einigen Jahren in den Medien, sondern jetzt gibt es auch bei Netflix eine vierteilige Doku über diesen Fall. Die Gemüter sind erhitzt. Es gibt eine Front, die hält Jens Söring für absolut schuldig und macht unheimlich Stimmung gegen ihn. Und es gibt aber auch eine andere Front, die sagt, meines Erachtens vollkommen zu Recht, es gibt ganz erhebliche Zweifel an der Schuld von Jens Söring. Wer ist überhaupt Jens Söring und worum geht es in dem Fall? Das alles wird uns gleich Madita hier darstellen, unsere Moderatorin. Aber anders als viele andere Podcasts und Sendungen reden wir nicht nur über Jens Söring, sondern wir reden heute mit ihm. Denn er ist seit einigen Jahren bei mir in der Kanzlei, hat sich hier schon anwaltlich mehrfach beraten lassen. Und daher besteht natürlich zwischen Jens Söring und mir ein gewisses Näheverhältnis. Wir haben uns sehr häufig getroffen, über den Fall diskutiert. Ich habe ihn auch in meinem aktuellen Buch unschuldig verurteilt als Aufhänger. Es geht unter anderem um einen Sockenabdruck, der in dem Prozess eine entscheidende Rolle gespielt hat, den sogenannten Abdruck LR3. Darauf wurde entscheidend seine Verurteilung gestützt. Und wenn sein damaliger Anwalt, das ist meine feste Überzeugung, nicht geschlafen hätte, dann wäre dieses Beweismittel niemals in dieser Form als Grundlage für seine Schuldfeststellung in Frage gekommen. Und dann hätte man ihn eigentlich freisprechen müssen. Mehr Details dazu bei uns im Rahmen der Sendung. Madita wird jetzt gleich so ein bisschen in den Fall hineinführen. Und wir haben noch einen zweiten Teil. Da geht es dann darum, dass ich mir in den letzten Monaten Mühe gemacht habe, in Gesprächen mit Jens Söring, aber ich habe auch unheimlich viel Material drumherum gesichtet. Was sagt die Gegenseite, die ihn für so unglaublich schuldig hält zu dem Fall? Worauf stützt man die Argumentation? Und dazu habe ich einen doch schon recht umfangreichen sogenannten Benneken-Bericht geschrieben und habe einmal die Pro und Contra bezüglich der Schuldfrage zusammengefasst. Und ich möchte euch dadurch ermöglichen, dass ihr euch ein eigenes Urteil bildet. Und ich habe halt eben viele Punkte aus meiner Sicht berücksichtigt, die jetzt in der aktuellen Netflix-Doku so noch nicht angesprochen sind. Sodass ihr die ein oder andere Zusatzinformationen gewinnen könnt. Den Bericht gibt es im Internet. Den haben wir unter anderem bei Focus Online auch mit einem kleinen Artikel versehen und dort gehostet. Wenn ihr den Benneken-Bericht bei Focus Online eingibt, dann könnt ihr den dort sehen. Und den gibt es auch hier. Und zwar in unserem zweiten Teil von Mundraub-Spezial Jens Söring. Im ersten Teil ist er selbst zu Gast. Und wir haben auch noch Ruth Marquardt, eine psychologische Expertin, die bei uns oft hier Expertenwissen vermittelt in unserem Podcast. Und sie wird auch noch mal eine Einschätzung aus ihrer Sicht dazu geben. Wie ist das eigentlich, wenn jemand 33 Jahre mutmaßlich unschuldig hinter Gittern sitzt? Ja, worum geht es überhaupt in dem Fall Jens Söring? Seit fast vier Jahrzehnten bewegt der Mordfall Hasem die Gemüter auf zwei Kontinenten. Am 30. März 1985 wurde das Ehepaar Derek und Nancy Hasem im US-Bundesstaat Virginia durch dutzende Messerstiche getötet. Erfahrene Ermittler sagten später, es sei der schrecklichste Tatort, den sie in ihrer Karriere je gesehen hatten. Da die Täter nicht sofort gefasst werden konnten, kam es zu Spekulationen, die über Virginia hinausreichten. Sogar in Kalifornien und Kanada wurde nach Verdächtigten gesucht. Erst sieben Monate später konzentrierten sich die Ermittlungen auf die Tochter des Ehepaars Elizabeth Hasem und deren Freund, den deutschen Diplomatensohn Jens Söring. Beide waren Studenten an der Elite-Universität University of Virginia. Sie galten als hochbegabt, aber auch etwas seltsam. Im Oktober 1985 verließen die beiden die Vereinigten Staaten. Sie reisten nach Europa. Ihre Flucht erschien wie ein stillschweigendes Schuldgeständnis. Sechs Monate später, am 30. April 1986, wurden Elizabeth und Jens in London, in England, für Scheckbetrug verhaftet. Anfang Juni kam ein US-amerikanischer Ermittler nach London und verhörte das junge Paar zu den Morden von Elizabeths Eltern, die mittlerweile 14 Monate in der Vergangenheit lagen. Nach vier Tagen des Verhörs ohne Anwaltbeistand legte Jens ein vollständiges und detailliertes Geständnis ab. Er behauptete, Derek und Nancy Hasem getötet zu haben, seine Freundin Elizabeth habe ihn dazu angestiftet. Fünf Tage nach seinem Geständnis wurde er des Kapitalmordes angeklagt. Darauf stand die Todesstrafe im elektrischen Stuhl. Es würde vier Jahre dauern, bis das Europäische Gericht für Menschenrechte ein wegweisendes Urteil fällte, das Jens vor der Hinrichtung bewahrte. Nach seiner Auslieferung kam er im Juni 1990 in Virginia vor Gericht. Er zog sein Geständnis zurück und behauptete nun, Elizabeth habe die Tat begangen, weil ihre Eltern sie sexuell misshandelt hatten. Sein Geständnis sei ein falsches gewesen, sagte Jens. Ein verzweifelter Versuch, seine heißgeliebte Freundin vor der Hinrichtung zu retten. Er selber dachte, er sei durch den Diplomatenstatus seines Vaters geschützt. Daher könne er den Retter spielen, ohne selber Konsequenzen spüren zu müssen. Das geschworenen Gericht glaubte Jens nicht. Er wurde zu zwei lebenslangen Haftstrafen verurteilt, seine Freundin Elizabeth zu 90 Jahren als Anstifterin. In den darauffolgenden Jahrzehnten führte Jens eine juristische und öffentliche Kampagne, das Urteil gegen ihn zu kippen. Der Durchbruch schien 2016 zu kommen, als neue DNA-Tests an den Blutspuren am Tatort bewiesen, dass sein genetisches Profil dort nicht gefunden wurde. Doch am Ende reichte dies nicht. 2019 wurde Jens auf Bewährung entlassen, ohne Anerkennung seiner Unschuld. Zeitgleich wurde auch Elizabeth auf Bewährung entlassen. Sie wurde nach Kanada abgeschoben. Jens nach Deutschland. Beide verbrachten demnach 33 Jahre hinter Gittern. Seit seiner Rückkehr in sein Heimatland brennt eine Kontroverse um den vermeintlichen Doppelmörder, der weiterhin auf seine Unschuld besteht. Und ganz aktuell, heute am 1. November, veröffentlicht Netflix eine vierteilige Dokuserie mit dem Titel Der Fall Jens Söhring – Tödliche Leidenschaft. Ja, und heute ist Jens Söhring bei uns zu Gast im Mundrapp-Studio. Freut mich. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Wir haben heute Morgen hier im Mundrapp-Studio die Dokumentation geguckt. Der Fall Jens Söhring – Tödliche Leidenschaft. Sie sicherlich auch. Wie hat sie Ihnen denn gefallen? Also, einiges haben die Regisseure ganz gut gemacht, finde ich. Ich fand es zum Beispiel richtig gut, dass die wirklich herausgearbeitet haben, dass Elizabeth Hasem definitiv am Tatort war. Denn dafür gibt es ja viele Beweise. Natürlich hat mir einiges auch nicht gefallen. Besonders am Ende sind die Erzählerinnen mit dieser vollkommen bescheuerten Idee rausgerückt, dass Elizabeth und ich die Tat zusammenbegangen haben. Und das ist absoluter Quatsch. Vielleicht können Sie ja mal kurz das Ende so ein bisschen erklären der Doku, für die, die das noch nicht geschaut haben. Und Ihre Meinung dazu noch mal ein bisschen erklären. Am Ende der Doku wird behauptet, die wahrscheinlichste Lösung sei doch, dass Elizabeth und ich zusammen von Washington viereinhalb Stunden nach Bedford gefahren sind und dort die Eltern von Elizabeth Hasem ermordet haben. Und das ist definitiv nicht passiert. Davor gibt es auch ganz klare Beweise, die vor Gericht vorgetragen wurden. Da hat der Manager des Marriott Hotels, wo wir blieben, über eine Zimmerservice-Rechnung gesprochen. Und es wurden auch Kinokarten vor Gericht eingereicht als Beweise, die belegen, dass einer von uns beiden in Washington blieb. Was spricht außerdem gegen die Netflix-Theorie? Die Aussage des Marriott Hotel Managers. Er hat ganz klar ausgesagt, dass die Room-Service-Bestellung zwischen 17.30 Uhr und 23.00 Uhr aufgegeben werden musste. Eher gegen 23.00 Uhr. Und die Autofahrt von Washington nach Bedford dauerte viereinhalb Stunden. Das hätte also rein zeitlich nicht geklappt, wenn wir um 17.30 Uhr die Bestellung aufgegeben hätten und dann um 18.00 Uhr losgefahren wären, wären wir erst um 22.30 Uhr frühestens angekommen. Das kann nicht stimmen. Nach meinem Prozess hat mein Anwalt außerdem noch mit dem Manager des Kinos gesprochen, wo Kinokarten gekauft wurden. Und der konnte an den Karten erkennen, an den Seriennummern auf den Karten, dass sie zwischen 20.00 Uhr und 22.15 Uhr gekauft werden mussten. Der Käufer dieser Kinokarten hat ein absolutes glasklares Alibi. Ich war der Käufer der Kinokarten, sie wurden in meinem Zimmer gefunden im Studentenwohnheim und ich habe die Room-Service-Bestellung, die Zimmer-Service-Bestellung aufgegeben. Ich habe ein Alibi. Ja und warum sollten die Regisseure so eine Idee verbreiten, wenn das doch gar nicht stimmen kann? Meiner Meinung nach, und es ist natürlich nur meine Meinung, war das Grundproblem der Netflix-Regisseure, dass sie nichts wirklich Neues zu sagen hatten. Es gab ja schon mal eine Dokumentation über diesen Fall, die hieß Killing for Love. Die ist jetzt vom Markt genommen worden, von Netflix. Es ist nichts Neues dazu gekommen. Irgendetwas mussten sie erfinden, also haben sie diese Theorie erfunden, dass wir es zusammen gemacht haben, einfach um es spannend zu machen, für Klicks. Denn darum geht es ja heutzutage. Und wenn Sie es nicht waren, Herr Söring, wer soll es dann gewesen sein? Dazu habe ich vor Gericht ausgesagt. Laut meiner Aussage vor Gericht ist meine damalige Freundin Elizabeth Haston zum Tatort gegangen und kam zurück und hat mir die Tat gestanden. Das kann sie nicht alleine getan haben. Das wurde auch in der Netflix-Serie fairerweise richtig so beschrieben. Es muss mehr als ein Täter am Tatort gewesen sein. Aber ich war nicht der andere Täter. Ich war in Washington, habe die Room-Service-Bestellung aufgegeben und die Kinokarten gekauft. Ich habe eine ganze Reihe von Verdächtigen, die es gewesen sein könnten, aber gegen diese Menschen wurde nie ermittelt. Aber es war ja auch so, dass Blut Ihrer Blutgruppe zum Beispiel am Tatort gefunden wurde, oder? Das stimmt. Und das war auch sehr wichtig, in dem Abschlussplädoyer des Staatsanwalts darüber zu sprechen. Das hat er 26 Mal erwähnt. Aber damals gab es noch keine DNA-Analysen. Die wurden 19 Jahre später durchgeführt. Auch an diesen Proben der Blutgruppe 0. Und es ist nicht meine Meinung und es ist auch nicht eine Expertenmeinung. Es steht im Gutachten des Gerichtsmedizinischen Instituts von Virginia, absolut objektiv, ganz oben auf Seite 3, klare Sprache, Jens Söring ist als Quelle ausgeschlossen. In Bezug auf die Proben der Blutgruppe 0. Das war also jemand am Tatort mit der Blutgruppe 0, aber mit einem anderen DNA-Profil. Die Blutgruppe 0 haben 43% der Bevölkerung. Das bedeutet also sowieso herzlich wenig. Aber es war jemand da, nur nicht ich. Herr Söring, ich spiele jetzt mal die Staatsanwältin. Wenn Sie damals wirklich im Hotel waren und Sie haben den Zimmerservice genutzt und etwas bestellt, dann wissen Sie doch sicherlich auch noch genau, was Sie damals bestellt haben, oder? In der Tat, das weiß ich. Ich habe Welsh Rabbit bestellt. Das ist eine Art gegrilltes Käsesandwich und Shrimpcocktail, weil das die billigsten Dinge waren, die es auf dem Zimmerservice-Menü gab. Und der Manager des Hotels hat ausgesagt, dass meine Aussage zu der Bestellung auch zu der Rechnung passt, denn die war relativ niedrig. 33 Dollar war die Zimmerservice-Rechnung. Elizabeth Hasem hat wiederholt ausgesagt, sie habe Essen und Alkohol bestellt. Und der Hotel-Manager hat ausgesagt, das kann nicht stimmen. Es war entweder Essen oder Alkohol. Beides sei nicht möglich. Und da hat er also Elizabeth Hasem der Lüge überführt. Sie hätte das gar nicht machen können, Essen und Alkohol bestellen. Dafür war die Rechnung viel zu niedrig. Gleichzeitig stellt sich mir die Frage, wenn Sie damals im Kino waren. Welcher Film war das und worum ging es da? Was haben Sie gesehen? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Um 17.05 Uhr habe ich den Film Witness gesehen. Um 10.15 Uhr, 22.15 Uhr, habe ich den Film Stranger Than Paradise gesehen. Und in Mitternacht war ich in der Rocky Horror Picture Show. Drei Filme am Stück? Genau. Und meine Aussage passt auch zu den Kinokarten, die gefunden wurden in meinem Studentenwohnheim. Elizabeth Hasem hat zu den Kinokarten fünf verschiedene Aussagen gemacht. Keine ihrer fünf Aussagen hat jemals zu den Kinokarten gepasst. Die nächste Fassung, die überhaupt am nächsten herankam, war, dass sie behauptet hat, den Film Stranger Than Paradise um 16 Uhr gesehen zu haben. Aber die Kinokarten waren für die 22.15 Uhr Vorstellung und der Manager des Kinos hat ja dann auch bestätigt, diese Karten wurden entweder um 20 Uhr oder um 22 Uhr dazwischen gekauft. Das passt zu meiner Aussage, es passt nicht zu ihrer Aussage. Die Blutproben, die nochmal erneut untersucht wurden, die sind ja schon ein bisschen älter. Kann es nicht auch sein, dass das irgendwie vermischt wurde aufgrund der Lagerung und dass die Ergebnisse gar nicht mehr so auszuwerten sind? Diese Möglichkeit wurde er zum ersten Mal 2016 von einer amerikanischen Anwältin namens Betty Lane Desportes ins Gespräch gebracht in einem Zeitungsinterview. Mein Anwalt damals, der wunderbare Mensch Steve Rosenfield, hat zwei Wissenschaftler gefunden, Genetiker, Dr. Moses Schainfield an der George Washington University und Dr. Thomas McClintock von der Limerty University, die bereit waren, sich diese ganzen Sachen gratis anzuschauen für eine symbolische Bezahlung. Aber die haben mehr als 100 Stunden an diesem Fall verbracht und stellten fest, dass diese Proben nicht vermischt waren und nicht kontaminiert waren. Sie kamen sogar zu dem Schluss, dass die serologischen Ergebnisse und die DNA-Ergebnisse im Gesamtbild auf die Anwesenheit von zwei unbekannten männlichen Tätern hinwies, deren DNA-Profile aber nicht in der DNA-Datenbank drin waren. Also konnte man sie nicht identifizieren. Aber das Haupterkenntnis war, dass die Proben nicht vermischt waren, nicht kontaminiert. Nach meiner Entlassung, als ich in Deutschland ankam, wurde diese Möglichkeit dann wieder ins Spiel gebracht, neu aufgewärmt, war aber immer noch nichts dran. Die Person, die diese Idee ins Spiel gebracht hat, ist ein ehemaliger britischer Polizist, der ganz am Anfang des Falles mitgewirkt hat. Er war nicht mit dem Fall beauftragt, aber er hat mitgewirkt. Und er hat diese Theorie der Vermischung noch einmal ins Spiel gebracht. Daraufhin habe ich im letzten Jahr Dr. McClintock, Professor McClintock gebeten, noch einmal zurückzukehren zum Gerichtsmedizinischen Institut und erstaunlicherweise haben die das erlaubt. Ich bin üblicherweise ein großer Kritiker dieses Gerichtsmedizinischen Instituts, aber in diesem Fall haben sie wirklich das Richtige getan. Die haben diesen Professoren erlaubt zurückzukehren und er hat sich sogar die Rohdaten der DNA-Tests angeguckt. Das ist zum ersten Mal gemacht worden seit 2009. Kein anderer Mensch hat die gesehen und er sagt, die Rohdaten belegen jetzt ein für alle Mal, letztendlich, es gab keine Mischung, keine Kontaminierung, sämtliche Proben, um die es geht, in diesem Fall, kommen von einer Quelle und ich bin nicht diese Quelle. Ich habe ein anderes genetisches Profil. Diese Möglichkeit ist also jetzt ein für alle Mal ausgeschlossen. Aber das ist doch so wichtig und es drängt sich doch die Frage auf, warum ist diese Untersuchung dieser Rohdaten nicht Teil der Doku? Ich war auch erstaunt. Im letzten Sommer, als diese Untersuchung der Rohdaten durchgeführt wurde, habe ich das sofort den Netflix-Regisseuren gesagt. Und sie hatten gesagt, nein, das nehmen wir nicht mehr auf. und ich war erstaunt, denn das ist ein extrem entlastender Beweis für mich, dass sie das nicht haben wollten. Und ich habe also natürlich nachgefragt und ich habe das dann so verstanden, ja, das ist zu kompliziert für die Zuschauer. Ja, und damit muss ich jetzt leben. Damit muss ich jetzt leben. Komisch, weil ich habe das sofort verstanden, was die mir da gerade erklärt haben. Ist auch nicht sonderlich kompliziert. Aber, das haben wir ja vorhin angesprochen, es gibt in dieser Serie nichts Neues, was nicht schon in der vorherigen Dokumentation gezeigt wurde. Also musste künstliche Spannung erzeugt werden. Und meiner Meinung nach haben sie diese künstliche Spannung dadurch erzeugt, dass sie mich schuldig aussehen lassen. Obwohl eigentlich der Großteil der Beweise auf meine Unschuld hindeutet. Und um dieses Ziel zu erreichen, diese Spannung zu erreichen, mussten sie auch sehr, sehr viele Beweise einfach weglassen. Nicht nur diese Untersuchung der DNA-Testergebnisse. Was fehlt denn noch, was sie entlasten würde? Puh, das ist eine lange Liste. Wie viel Zeit haben Sie? Ich habe Zeit. Okay. Elizabeth Hasen hat tatsächlich die Tat gestanden. Und das wird in der Netflix-Serie nicht gezeigt. Sie hat sie sogar auf Tonband gestanden. Und ich habe Ihnen ja die Tonbandaufnahme jetzt genommen. Können Sie vielleicht einspielen, wenn Sie möchten. You know you, it's got to do it, didn't you? Did you? I thought it was wrong. That was silly. I thought it was wrong. What does that mean? I think it's true. Elizabeth hat gesagt, ich habe es selber getan, es hat mich geil gemacht. Und diese Aussage ist richtig interessant, denn 26 Jahre nach meinem Prozess hat sie ein Zeitungsinterview gegeben, in dem sie gesagt hat, jetzt zum ersten Mal kann ich öffentlich sagen, ja, meine Mutter hat mich acht Jahre lang sexuell misshandelt. Was natürlich eine schreckliche Sache ist, wenn sie wahr sein sollte. Bei Elizabeth kann man sich nie sicher sein. Aber wenn es stimmen sollte, dass ihre Mutter sie acht Jahre lang sexuell misshandelt hat, dann würde das zum Beispiel erklären, warum es am Tatort diesen Overkill gab. Denn diese armen Menschen wurden ja wirklich auf brutalste Weise ganz schlimm hingerichtet. Aber das macht Sinn, wenn das von jemandem gemacht wurde, der sehr viel persönlichen Hass hat, zum Beispiel, weil sie Opfer von sexueller Misshandlung war. Und wenn das eine Rolle gespielt haben sollte in dem Fall, was ich glaube, das ist meine Meinung, wenn das eine Rolle gespielt haben sollte in dem Fall, dann macht auch die Aussage Sinn, es hat mich geil gemacht. Das passt dann auf eine eklige Art und Weise. Und das ist natürlich nicht das Einzige. Es gab ein FBI-Täterprofil von einem der anerkanntesten Profiler in den Vereinigten Staaten. Und der ist in der vorherigen Dokumentation drin. In der Netflix-Serie ist er nicht drin. Dieser Mann hat gesagt, die Tat wurde begangen von einer Täterin, einer weiblichen Person, in einer engen Beziehung zu den Opfern. Und das ist eine Sache. Es gab eine Luminol-Untersuchung des Fluchtwagens. Es wurde kein Blut im Fluchtwagen gefunden. Das ist richtig entscheidend. Denn Sie erinnern sich sicherlich, es gab ja diese eine Szene in der Serie, wo Elizabeth erzählt, ich sei zurückgekehrt. Mit dem Mietwagen. Mit dem Mietwagen, von Kopf bis Fuß überströmt in Blut. Und das kann nicht wahr sein. Die Luminol-Testung des Fluchtwagens widerlegt das, weil das ist auch nicht in der Netflix-Serie drin. Ich könnte noch weitermachen, aber irgendwann müssen wir auch einen Schluss machen. Aber das sind drei weitere Beispiele. Jetzt haben wir zwei Begriffe gehört. Einmal die Luminol-Testung und den sogenannten Overkill. Und was genau das bedeutet, das erklärt uns jetzt Dirk. Ja, Madita, hier sind zwei interessante Begriffe gefallen. Der Luminol-Test. Das ist ein Verfahren, was in der deutschen Kriminalistik schon seit dem 19. Jahrhundert angewendet wird. Und es besagt einfach, dass man Blutspuren, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind, kenntlich machen kann, durch eine Chemikalie, Luminol, in Kombination mit einem gewissen blauen Licht, was fast an ein Mundraub-Licht erinnert. Und man kann dort kleinste Blutspuren, alte Blutspuren, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, verifizieren. Und genau dies hätte im Fall Söring dazu geführt, dass man in dem Fahrzeug selbst kleinste, nicht sichtbare Blutspuren hätte kenntlich machen können. Der zweite Begriff, der Overkill. Overkill, die Juristen legen ja Begriffe immer aus, zunächst nach dem Wortlaut. Overkill bedeutet Übertötung. Heißt letzten Endes nichts anderes bei Taten, die wir hier haben, wo jemand in einem gewissen Blutrausch so viele Schüsse oder Stichverletzungen zuführt, dass das ausgereicht hätte, um es deutlich zu sagen, um ein Menschenleben aufs Vielfache auszulöschen. Der Begriff kommt aus dem Kalten Krieg. Man hat ursprünglich mal den Begriff verwendet, um zu dokumentieren, die Sprengkraft einer Atombombe. Wie viele Menschen kann man damit töten? Und auch da gibt es eben den Overkill, dass ein gewisses Sprengpotenzial von Atombomben ausreichen würde, um die ganze Menschheit auszulöschen. Und genau das haben wir hier im Individualstrafrecht, im Fall Söring, wo man eben sagt, diese Messerstiche, dieses Gemetzel, das hätte von der Anzahl ausgereicht, um die Eheleute Hasem um ein Vielfaches umzubringen. Herr Söring, Sie haben gerade angedeutet, dass noch ein zweiter Täter damals vor Ort gewesen sein muss. Wer könnte das gewesen sein? Das kann ich nicht wissen, denn ich war nicht am Tatort. Aber eine weitere Tatsache, die in der Netflix-Serie nicht drin ist, ist, dass Elizabeth Hasems Drogendealer, das war ein weiterer Student an der Uni, an dem Abend oder an der Nacht, in der diese Morde stattfanden, seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Und zwar nur ein paar Kilometer entfernt von dem Haus der Hasems. Und dass dieser Mann Drogen benutzt und gedealt hat, das ist nicht allein meine Behauptung. In Elisabeths Briefen wird erwähnt, dass sie zusammen mit diesem Mann, Jim Farmer heißt er, Drogen genommen hat und dass er Zugang hatte zum Haus ihrer Eltern, denn die Eltern von Elizabeth Hasem und die Eltern von Jim Farmer waren befreundet. Und Jahre später wurde er auch im Westen der Vereinigten Staaten verhaftet für Drogenbesitzung. Dieser Mann, ein Student an der Uni, der Elisabeth auch Drohungen gegeben hat, laut ihrer Aussage, der hat Geburtstag gefeiert, um die Ecke quasi, vom Haus der Hasems. Und es würde ja Sinn machen, wenn Elisabeth dorthin gefahren wäre, das ist zumindest meine Meinung, dass das passiert ist, und dort irgendjemand auf dieser Party getroffen hat und ich weiß nicht, wer das ist und dann zusammen mit dieser Person zum Tatort gefahren ist. Eine Person, die es gewesen sein könnte, ist zum Beispiel noch ein anderer Student, der heißt Ed Brinkley. Dieser Mann wurde von einem Kfz-Mechaniker identifiziert als ein Begleiter von Elisabeth. Dieser Mann heißt Tony Buchanan. 2011 hat er gesagt, hat eine eidesstaatliche Aussage gegeben tatsächlich, er habe Elisabeth Hasen und diesen Mann Edward Brinkley zusammengesehen mit einem Auto, in dem sich ein blutiges Messer befand und ganz viel Blut im Fußbereich. Und diese ganze Geschichte ist auch in der vorherigen Dokumentation Killing for Love drin. In der Netflix-Serie wird sie mit keinem Wort erwähnt. Das ist ein weiterer potenzieller Täter. Und wie hatte er das, ich frage jetzt einfach mal, wie soll er das gesehen haben? Also dieses blutverschmierte Messer? Er besaß eine Werkstatt. Ein Auto wurde angeliefert. Ach, das wurde in dem Zustand da angeliefert? Angeliefert. Kurz danach trafen die Besitzer ein. Er ist sich 100% sicher, dass die Besitzerin Elisabeth Hasen war und der junge Mann, der sie begleitet hat, mit 100%iger Sicherheit nicht ich war. Dann wurden ihm verschiedene Fotos gezeigt und er hat auf Edward Brinkley gezeigt und hat gesagt, der hätte es gewesen sein können. Und er hat das versucht, der Polizei zu melden, sagt er. Natürlich bestreitet das die Polizei. Aber er hat es versucht, der Polizei zu melden. Er hat es auch versucht, dem Richter zu melden. Niemand hat auf ihn gehört. Bis 2011, dann hat er sich an meine Anwältin gewandt. Warum er so lange gewartet hat, weiß ich nicht. Aber das ist seine Aussage und das ist ein potenzieller weiterer Verdächtiger. Dann gibt es noch die berühmten Landstreicher. William Shiflett und Robert Aldright. Sie erinnern sich, die haben Sie gesehen in der Serie. In der Serie wird darüber gesprochen, dass sie als mögliche Täter in Frage kam. Was nicht gesagt wird in dieser Serie, ist, dass eine Volontärin in dem Obdachlosenheim, wo die beiden blieben, zugehört hat, wie sie Fernsehberichte geschaut haben über die Haysom-Morde. Die beiden Landstreicher, William Shiflett und Robert Aldright, haben Fernsehberichte gesehen über die Haysom-Morde. Und sie hat gehört, wie die zueinander gesagt haben, sie seien zu dem Haus einer reichen Schlampe gefahren und hätten ihre Eltern ermordet. Und diese Aussage gibt es auf Tonband. Die Frau heißt Sandra Thornton. Und die hätte man interviewen können, die gibt es immer noch in Virginia. Die Netflix-Regisseure haben es nicht getan, ist nicht in der Serie drin. Als meine Anwälte davon erfuhren, das ist schon 2018 gewesen, wurden Ermittlungen eingeleitet und es wurden Berichte gefunden von der Polizeibehörde von vor mittlerweile 38 Jahren, die bestätigen, dass Sandra Thornton das gemeldet hat an die Polizei damals schon. Und diese Polizeiberichte sind natürlich ein unterdrücktes Beweismittel, die die Staatsanwaltschaft unbedingt an meine Anwälte hätte geben müssen. Dazu sind sie verpflichtet unter dem Präzedenzfall Brady vs. Maryland in den Vereinigten Staaten. Die Staatsanwaltschaft muss entlastende Beweise an die Verteidigung geben. Diese Polizeiberichte wurden nicht überreicht. Das ist ein Verfassungsbruch. Ich komme nochmal zurück auf das Thema mit dem Auto. Das heißt, Elizabeth hat dieses Auto, wo diese vermeintliche Tatwaffe, sag ich jetzt einfach mal, also ein blutverschmiertes Messer lag und ein blutverschmierter Fußraum so in die Kfz-Werkstatt gebracht und niemand hat das der Polizei gemeldet? Also sie hat es ja nicht in die Kfz-Werkstatt gebracht. Tatsächlich wurde das von einem Abschleppdienst in die Werkstatt geliefert und der Abschleppdienst wurde von der Polizei gerufen anscheinend. Das war ein sogenanntes Abandoned Vehicle. Das hatte kein Eigentümer. Die Polizei hat es abschleppen lassen. Danach hat sich herausgestellt, wem es gehörte, sie konnte das also gar nicht mehr so richtig leugnen. Das ist ihr Gehörte. Und warum das mit dem blutigen Messer nicht gemeldet wurde, finde ich auch erstaunlich. Was Tony Buchanan dazu gesagt hat, ist, das alles spielte sich im ländlichen Virginia ab. Dort wird sehr viel gejagt. Und er dachte, dieses ganze Blut und das Messer, das war ein Jagdmesser, habe zu tun mit der Rehjagd. Das ist gerade in Deutschland eine sehr seltsame Geschichte. Ich habe damals dort gelebt. Für diese Gegenden in Virginia, diese sehr ländlichen Gegenden, ist das nicht so verrückt. Er könnte das tatsächlich gedacht haben. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich war nicht der Mann, der mit Elizabeth dabei war. Das war laut Tony Buchanan ganz eindeutig jemand anderes und ich war nicht dabei. Herr Söring, das muss für Sie ja auch unglaublich schwierig sein, dass dieser wahre Täter im Grunde nie identifiziert wurde. Ja, das ist es. Das ist natürlich die wichtigste Nacht in meinem Leben. Und ich war im Kino und ich werde nie erfahren, was damals sich wirklich abgespielt hat. Und ich muss mit den Verdächtigungen leben, dass Menschen auf mich zeigen und sagen, er könnte es gewesen sein oder viele sagen jetzt auch mit dem Brustton der Überzeugung, er war es. Und das ist schlimm für mich. Das ist schlimm für mich. Vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen näher damit befasst, dass mein DNA nicht am Tatort gefunden wurde. das ist eigentlich nicht möglich laut des Lokatschen Prinzips. Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur, das sagt das Lokatsche Prinzip. Das haben Sie sicherlich auch schon mal benutzt in Ihrer Sendung hier. Eine Hautschuppe, ein Haar oder was auch immer. Es gibt nichts von mir am Tatort. Es gibt das DNA von anderen Leuten und ich werde nie wissen, wer es ist. Das sind nur Teilprofile und mit Teilprofilen kann man niemanden identifizieren. Man kann jemanden ausschließen. Ich bin ausgeschlossen worden, aber man kann Menschen nicht mit Teil-DNA-Profilen identifizieren. Und ich glaube, ich werde es nie wissen, ich werde nie erfahren, wer da war. Und mit dieser Ungewissheit werde ich für den Rest meines Lebens leben müssen. Und das ist verdammt hart. Das ist verdammt hart. Das Ganze spielte im Jahr 1985 und damals war die DNA-Analyse noch nicht so, wie man das heute macht. Und kann das sein, dass der Tatort deshalb auch nicht ganz so umfangreich untersucht wurde? Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. 1985 gab es ihn noch gar nicht in Virginia. Das wurde erst 1989 eingeführt. 1985 suchte die Polizei nur nach Blutflecken für serologische Tests. Und das stimmt. Es wurde damals nicht so forensisch ermittelt, wie das heute gemacht würde. Und ich bin sicher, wenn dieser selbe Tatort heutzutage untersucht würde, dann könnte man mit Sicherheit feststellen, wer das gemacht hat. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Aber leider ist es zu spät. Herr Söring, was ich mich frage und was mich auch beschäftigt, 33 Jahre hinter Gittern, kann man das überhaupt irgendwie verarbeiten? Können Sie mich überrascht das ein bisschen selber, ganz ehrlich gesagt. Denn ich kam ja ins Gefängnis rein als 19-Jähriger und dazu noch ein sehr unreifer 19-Jähriger. Und ja, ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Und ich glaube, das Wichtigste für mich in diesen ganzen 33 Jahren war, dass ich etwas hatte, wofür ich kämpfen konnte, nämlich meine Unschuld. Und das hatten meine Mithäftlinge größtenteils nicht. Wir wissen, dass sehr viele Justizirthemen in Vereinigten Staaten geschehen. Es wird geschätzt etwa fünf Prozent. Aber die meisten Häftlinge sind natürlich schuldig. Und die können nichts tun, außer ihre Strafe ertragen. Denn es gibt ja jetzt keine frühzeitige Entlassung auf Bewährung mehr. Seit 1996 ist die abgeschafft worden in Virginia. Und die können nur leiden. Und das ist ein schweres Leben, wenn man vollkommen passiv sein Aber ich hatte jeden Morgen einen Grund aus dem Bett aufzusteigen und ich habe tatsächlich 33 Jahre sehr hart gearbeitet. Ich habe gearbeitet wie ein Tier. Denn ich hatte ein Ziel. Ich wollte meine Unschuld beweisen und dafür habe ich gekämpft. Und weil ich dieses Ziel hatte, bin ich innerlich nicht zerbrochen. Ich wusste, worum sich mein Leben drehte. Ich hatte etwas, wofür ich kämpfen konnte. Aber sie konnten ihre Unschuld am Ende ja gar nicht beweisen. Sie wurden ja nur auf Bewährung freigelassen. Genau. Und das ist die letzte und größte Ungerechtigkeit von Virginia. Ja, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Dafür gibt es natürlich Gründe. Wenn man mich unschuldig erklärt hätte, hätte ich einen Anspruch gehabt auf 1,4 Millionen Dollar Haftentschädigung. Und indem man mich auf Bewährung entließ, hat der Gouverneur von Virginia seinen Steuerzahlern diese Kosten erspart. Und das ist nicht nur in meinem Fall so. Das wird in den ganzen Vereinigten Staaten sehr häufig gemacht. Dazu gibt es einen richtig guten Artikel in der Zeitung USA Today. Und in Virginia im ganz Besonderen, da gibt es drei richtig bekannte Fälle. Darnell Phillips, Diane Fleming und Emerson Stevens. Ganz eindeutig unschuldige Menschen, die alle, genau wie ich, nur auf Bewährung entlassen wurden, ohne Anerkennung ihrer Unschuld, weil das einfach politisch einfacher ist. Man muss nicht eingestehen, dass man einen Fehler begangen hat, man muss keine Haftentschädigung zahlen, man schmeißt sie einfach raus aus dem Gefängnis. Und bei mir war es auch noch besonders praktisch, man konnte mich abschieben nach Deutschland. Donald Phillips, der definitiv unschuldig ist, aber auch nur auf Bewährung entlassen wurde, gilt immer noch als verurteilter Sexualstraftäter und muss sich wöchentlich melden, darf nicht in der Nähe von Schulen wohnen, der ist nicht wirklich frei, obwohl er total unschuldig ist, genau wie ich, aber auch nur auf Bewährung entlassen. Eine letzte Frage dazu, Herr Söring, es wird ja öfter unterstellt, oder Ihnen wird öfter unterstellt, dass Sie der größte Lügner und Manipulator der heutigen Zeit sind. Was sagen Sie denn dazu? Ja, dieses habe ich gehört. Das Wort, was da immer mitschwingt, ist die Geschichte von den verschimmelten Kirschen. Das ist vollkommener Quatsch. Die Leute, die mich in der Haft unterstützt haben, waren alle ohne Ausnahme erst mal von meiner Schuld überzeugt. Erst nach vorsichtigem Durchblick der Akten und eigenen Ermittlungen vor Ort in Virginia, sind Sie zur Überzeugung gekommen, dass ich unschuldig bin. Und das sind, und wenn ich kurz nennen darf, der ursprüngliche Chefermittler in diesem Fall, Chuck Reed, hat die Seiten gewechselt. Öffentlich hat den Gouverneur öffentlich um eine Unschuldserklärung gebeten. Der Mann, der ursprünglich gegen mich ermittelt hat, als Chefermittler hat die Seiten gewechselt. Andere Polizisten, Sheriff Chip Harding, Detective Sergeant Richard Hudson, Detective Superintendent Andrew Griffiths, Master Detective David Watson, das sind alles Polizisten, die ursprünglich von meiner Schuld überzeugt waren. Und die konnte ich nicht manipulieren. Die konnte ich auch nicht hypnotisieren und bezaubern. Die haben die forensischen Berichte gelesen, die haben die Prozessprotokolle gelesen, die haben selber recherchiert, vor Ort, in Virginia, und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass ich unschuldig bin. Und sie haben öffentlich den Gouverneur darum gebeten, mich unschuldig zu erklären. Das hat der Gouverneur nicht getan, obwohl er sage und schreibe fünf Polizisten hatte, die ihm darum gebeten haben. Ja, warum er das getan hat, habe ich gerade erklärt, aber diese Menschen habe ich nicht manipuliert. Kann ich gar nicht. Das sind Polizisten, die sind auf der Hut vor Menschen wie mir. Dass die sich auf meine Seite gestellt haben, ist ein reines Wunder und es nur zu erklären, dass ich tatsächlich unschuldig bin. Ja, das war gerade Jens Söhring zu Gast bei uns im Mundraubstudio und jetzt unterhalte ich mich noch mit Ruth, unserer Expertin für psychologische Fragen. Und Ruth, ich habe tausende Fragen. Du hast das ja auch gerade hier verfolgt im Studio. Wie ist es denn so dein Eindruck? Also erstmal muss ich sagen, vielleicht, wenn ihr das auch verfolgt habt draußen an der Kamera, wie geht es euch? Fühlt euch mal rein? Also mein Bauch ist in Aufruhr. Ich war zwischendurch mal so, mal so, muss ich tatsächlich sagen. Das heißt, es gehen hier viele Emotionen durch, durch 33 Jahre Leben inklusive Verurteilung und nicht freigesprochen werden, sondern auf Bewährung freigelassen. Das hat mich ganz besonders gekriegt. Und ich verstehe auch dieses Pro und Con. Ich finde es immer schwierig, das möchte ich schon sagen, wenn Menschen per se urteilen, ohne irgendwas zu wissen. Ja, ich denke mal, Täter müssen mit dem leben, was sie getan haben und unschuldige mit dem, was sie nicht beweisen konnten. Ich bin hier nicht für eine Verurteilung, weil ich würde mich gern mit dir darüber unterhalten, so nach dem Motto, was fand ich besonders fragwürdig, glaubwürdig oder interessant, dann würde ich direkt mit der DNA einsteigen wollen. Wie kann es sein, habe ich mich gefragt, dass es ganz klar ist als Laien, dass die DNA-Ergebnisse lauten, er war nicht am Tatort. Würde er nicht in Deutschland irgendwie im Punkt gemacht werden? Das wäre so ein Ding, wo ich mich frage, da wäre er bei mir sofort frei gewesen, wäre ich Geschworene gewesen in dem Gericht. Auch war ich total bei Jens Söring als Mensch, als er erzählt hat, auf deine tolle Frage hin, was machen 33 Jahre mit einem Menschen im Gefängnis? Und ich stelle mir das mal vor, das kann sich vielleicht auch draußen mal jeder so selber fragen, stell dir mal vor, du kommst 33 Jahre unschuldig, jetzt gehe ich mal davon aus, das ist das eigene Innenleben, unschuldig ins Gefängnis und du verpasst dein gesamtes Leben. Also wenn ich mir das vorstelle, keine Familie, kein Job, der mich erfüllt, ich sitze da total mit meinem eingeschränkten Bewegungsraum, den ich habe und habe immer den Gedanken, hier komme ich nie wieder raus, möglicherweise und ich kann nichts gestalten, keine Familie haben, nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt 30 Jahre alt, das ist länger als mein ganzes Leben bislang und ich glaube, es überschreitet meine Vorstellungskraft. Also ich versuche mich hinein zu versetzen, aber ich kann es nicht. Absolut nicht. Und das geht vielleicht vielen so da draußen. Und was mich auch gekriegt hat, war die Art und Weise, wie Jens etwas gesagt hat. Ich weiß ja, dass in den USA auch schon mal Lügendetektoren zum Einsatz kommen, ich habe ihn so beobachtet, ich kenne ihn nicht als Mensch, ich wage auch nicht ihn zu bewerten, aber mich hat berührt, ich gucke immer, was macht das mit mir, wenn ich einem Menschen begegne, wie der reagiert. Mich hat es sehr berührt, wie seine Stimme sich verändert hat. Ihr könnt ja noch mal zurückspulen, noch mal gucken. Da dachte ich, wow, das ist ein Mann, der auf jeden Fall in diesem Moment eine Betroffenheit bei sich fühlt. Und das finde ich sehr bewegend. Und da dachte ich, das ist eine Möglichkeit. Der trauert um, und das ist das bei vielen, vielen Betroffenen, die falsch beschuldigt, verurteilt werden, jetzt auch aus psychologischer Sicht, der trauert um seine Würde auch, nicht nur um sein Leben als Mensch, sondern was wir ja hier auch schon besprochen haben, was wirklich Schlimmes für Menschen ist, wenn sie beschuldigt werden oder kein Recht bekommen, auch Eltern, die ihre Kinder verlieren, wir hatten unterschiedliche Fälle hier, wenn das nicht aufgeklärt wird, wenn ich keinen Punkt dahinter setzen kann, das verfolgt mich, bis ich six feet under bin, bis ich im Grab bin. Und das macht was mit mir. Was mich wirklich gekriegt hat, darauf habe ich ein Stück weit gehofft und gewartet, war, wie erlebe ich Jens Söring, wenn er darüber erzählt, was sein Persönliches Warum ist im Leben. Ja, also die Stelle, als er erzählt, wenn Verbrecher, die wirklich ein Verbrechen begangen haben, das wissen und sagen, ja, okay, habe ich gemacht, jetzt gehe ich in den Bunker, Punkt, aus, Ende. Ich ziehe es durch, ich leide, hat er gesagt. Ja, ich halte das irgendwie aus und die akzeptieren ein Stück weit seine Strafe. Was ich spannend finde, ist, das ist ein Mann, der sich in keinem Moment offensichtlich in den letzten 33 Jahren in sein Schicksal, in seine Schuld oder was auch immer ergeben hat, sondern der einen Drive und einen Motor hatte. Ich erlebe Jens Söring als einen wirklich sehr intelligenten, exzellent vorbereiteten Mann. Der könnte sein eigener, bester Strafverteidiger sein, hätte er nicht den besten sowieso an seiner Seite. Der kann sich prima selber vertreten. Der hat glasklare Antworten vorbereitet und für manche wirkt das und das dürft ihr bitte selbst entscheiden, wie jemand, der gut vorbereitet ist, weil er Menschen manipulieren und von seiner Wahrheit überzeugen will. Und vielleicht wirkt es auf euch aber auch wie jemanden, der 33 Jahre Zeit hatte, sein Studienfach exzellent zu lernen. Nämlich, wie finde ich Frieden für mich, wie kann ich meine Unschuld beteuern und mir Gehör verschaffen. Und das macht er bis heute und hat nicht aufgehört. Ja, das war Mundraub-Spezial der erste Teil zu Jens Söhring, die Netflix-Doku für euch, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Sicherlich sehr interessant. Wir haben sie geschaut, Madita. Man kann darüber streiten. Jens Söhring war heute bei uns im Studio. Darüber bin ich sehr erfreut, dass wir diese Möglichkeit hier haben. Dirk Gießen, unser Experte und ich, vertreten Jens Söhring in Deutschland anwaltlich und das war natürlich auch einer der Gründe, warum Jens heute hier zu uns gekommen ist. Darüber sind wir wirklich sehr erfreut, um euch auch mal diese Perspektive zu bieten. Ich bedanke mich auch bei Ruth Marquardt, die, wie ich finde, sehr überzeugend ihren Eindruck von Jens Söhring hier wiedergegeben hat. Sie kannte ihn vorher nicht persönlich, hat ihn hier bei uns im Studio erlebt, hat seine Analyse im Prinzip noch einmal überprüft und ihre Einschätzung dazu gegeben und ich muss sagen, auch mich hat der Fall Jens Söhring bewegt und beeindruckt. Ich habe früher, als ich gehört habe, da hat jemand angeblich ein falsches Geständnis abgelegt, relativ schnell abgewunken und habe gesagt, ach ja, das ist doch alles dummes Zeug, das gibt es doch gar nicht. Ich habe mich dann lange mit dem Fall Jens Söhring beschäftigt und festgestellt, ein falsches Geständnis, wie es Jens Söhring ja angibt, das gibt es viel, viel häufiger, als man denkt und man muss einfach einen Fall in der Gänze sehen, man muss die ganzen Akten kennen, man muss sich mit Hintergründen beschäftigen, um sich ein ehrliches und ein wirklich fundiertes Urteil darüber zu bilden und ich habe gerade noch in den letzten Tagen die Zuschrift eines verurteilten Mörders bekommen aus Bayern, der sitzt seit 16 Jahren und er hat mir auf mehreren Seiten dargelegt, warum er zu Unrecht verurteilt worden ist. Früher hätte ich einer solchen Anfrage kurz begegnet, ich kann nichts für sie tun, heute nehme ich das, das sage ich ganz offen, ganz anders ernst, weil mich der Fall Söring so beeindruckt hat und ich werde diesen Mandanten in Bayern in den nächsten Tagen in der JVA besuchen, wir werden das hier für euch dann auch mal verfolgen, ich kann jetzt noch nicht sagen, der ist definitiv unschuldig, aber möglicherweise sitzt auch da jemand 16 Jahre unschuldig in einem deutschen Gefängnis, dass das durchaus sein kann, haben wir gerade gesehen in dem sogenannten Badewannenmordfall, da ist jemand nach 13 Jahren im Wiederaufnahmeverfahren dann freigesprochen worden, 13 Jahre auch in Bayern unschuldig gesessen und ich glaube, man sollte sehr vorsichtig sein, wenn man von einem Fall aus den Medien hört mit oft gefärbten Reportagen, wie zum Beispiel sie möglicherweise auch gegeben sind bei dem Podcast Das System Söring, wo natürlich auch Journalisten ein Interesse haben, in eine bestimmte Richtung zu moderieren, weil alles andere natürlich nicht die Aufmerksamkeit generieren würde, ich finde, so etwas sollte man kritisch hinterfragen und sich ein eigenes Urteil eigentlich nur dann bilden, wenn man alle oder jedenfalls alle wesentlichen Informationen zu dem jeweiligen Fall kennt, denn das Bauchgefühl, der ist schuldig, der sieht so aus, das kann einen ganz, ganz schnell täuschen in solchen Fällen und das ist mir wichtig als Message für euch und weil mir das so wichtig ist, habe ich den sogenannten Benneckenbericht geschrieben und wer daran Interesse hat, der sollte auch noch Mundraub-Spezial Teil 2 mit uns schauen, denn da gibt es den Benneckenbericht, den ich komplett gemeinsam mit Madita vortrage und ja, zum Abschluss einer jeden Mundraub-Folge, egal ob Spezial oder normale Session, gibt es ja von uns immer den wichtigsten Strafverteidiger-Hinweis von Madita und der gilt bei Jens Söring aus meiner Sicht ganz besonders. Hätte er damals sich nicht um Kopf und Kragen geredet, sondern geschwiegen, wäre er aus meiner Sicht auch in den USA niemals wegen seines offensichtlich falschen Geständnisses verurteilt worden. Also Madita, wir verabschieden uns mit unserem üblichen Hinweis. Denkt immer daran, ob ihr schuldig oder unschuldig seid. Mund halten! Mundraub 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 Untertitelung des ZDF, 2020